So und ich begrüße euch zum neuen Video von Pluro Free KT. Heute für euch die diesjährige Hofer Feuerwerk Einkaufstour 2019, 2020. Ja Leute, es ist wieder der 12.12.2019. Ich werde zu Hofer gehen. Dieses Jahr haben sie auch Artikel mit anderem Namen. Also nicht mehr wie üblich, sondern alles umgelabelt. Ich werde mir einige Sachen holen. Ich werde versuchen drinnen im Laden auch ein bisschen was zu filmen. Und ja, falls sich noch ein paar Leute gefragt haben, warum jetzt so eine lange Zeit in der heißen Phase keine Videos mehr gekommen sind. Ich habe natürlich wieder Strikes bekommen. Einige Pure YouTuber, sehr viele sogar, haben damit zu kämpfen. Der Strike wird angegeben mit Schutz vor Kindern und gefährlichen und schädlichen Inhalten. Obwohl es sich hier ausschließlich um legales Feuerwerk handelt. Ich habe sogar eingestellt, Inhalt speziell nicht für Kinder. Aber ja gut, was willst du machen? Bei YouTube ist es halt so. Die akzeptieren anscheinend keine Feuerwerkvideos. Ich werde jetzt bis Silvester versuchen, täglich Videos hochzuladen. Mal schauen, ob das klappt. Ich hoffe, ich bekomme keine weiteren Strikes mehr. Und ja, ansonsten geht es jetzt los mit der Einkaufstour. Und viel Spaß. So Leute, wir sind wieder zurück vom Hofer-Einkauf. Hier seht ihr, was ich gekauft habe. Ich habe dieses Jahr mal echt mehr gekauft bei Hofer, da sie auch neue Sachen hatten. Wir fangen an mit zweimal dem Artemis Sortiment. Das ist das umgelabelte Tango für 20,20 Euro Raketen. Meiner Meinung nach die besten Raketen, die man für den Preis in Österreich bekommen kann. Und auf den Videos sahen die echt heftig aus. Deswegen habe ich mir die mal zweimal mitgenommen. Dann haben wir hier, neu dieses Jahr, die Osiris-Batterie. 49 Schuss. Hat jetzt nicht das größte Kaliber und ist jetzt auch nicht besonders groß. Hat 15 Euro gekostet. Aber das eine Neuheit ist, wollte ich die mal testen. Dann auch jedes Jahr dabei, seit es die gibt, die Vulcanos. Umgelabelt die Meren-Gü. Das sind Vulkaner in Gold und Bund. 15 Euro zwei Stück, aber die sind echt riesig. Also hier im Vergleich zur Batterie kann man das auch sehr gut sehen. Und dann noch die zweite Neuheit, die Horus-Batterie. Für 10 Euro, auch nicht das größte Kaliber, auch recht klein die Batterie. Aber das eine Neuheit ist, wollte ich auch mal testen. Ja, insgesamt hat der Einkauf jetzt hier 80 Euro gekostet. Aber die Raketensortimente sind einfach nur unglaublich geil und für den Preis echt heftig. Und ja, das war es dann mit dem ersten Einkauf in Österreich für 2019. Es werden noch mehrere Einkäufe kommen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat die kleine Einkaufstour gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, haut rein!